körperliche Lockerung. Wir gehen einmal hier nach unten, die Hände an die Füße, ganz nach unten strecken. Das ist keine schwierige Sache. Ich mach einfach noch mal nicht. War das tief genug? Ihr seid an die Füßen. Wenn ihr an die Füße seid, dann ist die richtig. In Ordnung. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Wir gehen einfach die ganzen Körper, wir bilden Spannung auf im gesamten Körper und wir lassen ihn kurz anhalten und dann wir lassen ihn wieder los. Körper komplett zu entspannen. Oh, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Das mache ich den ganzen Tag. Verschließt der Körper entspannen? Wie ein Brett? Wie noch was? Oh. Sehr gut. Hattig gut, ja. So. War das richtig? Ja, genau so richtig. Gut, in Ordnung. Gut, dann sollte der Körper gelockert sein, wir können uns gemütlich in einem bequemen Fuss am Boden gehen. Geben. Einfach mal in. Wir lassen die Energie einfach fließen. Für man eine lange und angenehme... Ohm. Bitte was? Das Geräusch einfach nachmachen. Ohm. Ohm. Das lässt die Energie fließen im Körper. Das lässt die Energie einfach fließen. Eure Gedanken sinken. Wir wollen Körpernage komplett die Ruhe genießen. Ohm. Ich merke schon wie der Körper sich so langsam entspannt. Ich gehe hier ein bisschen Ruhe ein. Ich merke, dass uns diese Herren seltsam anstarren. und gleich noch nicht die energie fluss ganz kapieren okay so angestrengt hinabdrücken ich muss eine ganz tief kommen genau die brauchen ruhe einfach einen langen schönen ton auslassen und wir können jetzt ein körper einfach entspannter ist ein körper sollte jetzt ein wenig ruhiger sein gedanken ein wenig besser geordnet einfach weitergehen können und das war's es war für ein anfang auch sie zungen mit längeren dingen aber das kostet um einen und zum anderen ich habe nicht zeit auf offener straße zu veranstalten selbstverständlich nicht wo kommt ihr denn unter